Hallo, willkommen zu einem Update zu Operation Crawler, dem Eka-Bellum-Turnier, was dieses Wochenende stattfinden wird. Und zwar wird das Samstag und Sonntagabend gestreamt von mir auf meinem Twitch-Kanal live. Die Links sind immer hier drin und aber auch unten in der Beschreibung einfach. Und ja, die sind jetzt voll. Also wir haben jetzt alle Spieler zusammen, auch eine ganze Reihe von Top-Spielern sind dabei. Und ich habe jetzt vor, am Mittwoch, habe ich vor, jetzt ein Turnier, also ein Vorab-Fund-Turnier zu machen. Ein Freundschaftsspieler nennt man das, glaube ich. Mittwoch, 20 Uhr, habe ich überlegt, dass wir hier Freundschaftsspiele machen. Und zwar alle, die beim Turnier mitmachen. Also bitte nur die 32 Spieler, die mitmachen beim Turnier. Die müssen nicht kommen, das ist alles freiwillig. Wenn da ein paar von sich melden würden, einfach, dass sie Mittwochabend um 20 Uhr hier in den Channel gehen. Da kann übrigens jetzt jeder rein, jederzeit, das streamen, wenn er möchte. Die einfach in den Channel reingehen und hier vorne, dass sie einfach sagen, okay, ich bin jetzt hier, wir machen jetzt ein Spiel, 1 gegen 1, 1 gegen anderen Turnierteilnehmer. So, dass ich den Zuschauern schon mal so ein bisschen die Spieler näher bringen kann. Dass sie wissen, oh, den kenne ich jetzt, der spielt so und so und so und so. Aber Spieler haben ja verschiedene Strategien, Mentalitäten, ja. Es gibt ja Leute, die, ihr wisst das ja vielleicht, man spielen defensiver wie den Hawk zum Beispiel. Manche spielen krank-aggressiv wie ich zum Beispiel. Dann gibt es Leute, die machen so wieder verfassert die Flankenstrategie. Und es gibt wieder andere Leute, ja, die haben ihre Schnürschuhstrategie und was es da alles gibt, ne. Der ist übrigens dabei, der Kamerad, der das gemacht hat. Also, die Leute haben ja teilweise ihre Besonderheiten. Und es ist, glaube ich, sehr spannend für die Zuschauer, wenn sie im Vorfeld mehr und mehr von diesen Spielern kennenlernen. Damit sie wissen im Turnier, für wen sie rooten wollen. Und von daher dachte ich mir, machen wir das so. Und das bringt ja auch die Spieler näher, die Community, ne. Einfach so als Event ohne irgendwie Zwang oder irgendwas und ohne Preisgeld. Das ist einfach nur, damit man sich da kennenlernen kann. Und von da würde ich mich freuen, wenn ein paar der 32 Spieler da rege kommen. In großer Menge oder so. So, genau. Das wäre die Geschichte. Wird dann live gestreamt bei Twitch bei mir um 20 Uhr. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. So, ansonsten fürs Turnier. Ich habe das jetzt hier vorne zugeordnet. Also, es war, wie gesagt, sofort voll gewesen, das Turnier. Das ging zack. Und da war ich froh, dass ich dann doch ein paar Slots reserviert hatte für Top-Spieler. Und wir haben jetzt tatsächlich eine ganze Reihe von Top-Spielern. Ich erkläre euch mal gerade die Übersicht, damit die Spieler... Für die Spieler sicher interessant, aber für die Zuschauer vielleicht besonders. Es ist ja so, dass das hier Best-of-One-Runden sind, die ersten drei Runden. Das heißt also, hier möchte man tendenziell auch wirklich, dass die Top-Spieler eher nicht aufeinandertreffen. Weil dann natürlich man weniger hochkalibrige Spiele von denen sieht. Und da habe ich mir überlegt, die halt ins Halbfinale zu stecken. Also nicht systematisch, aber so aufzubauen, dass wenn die sich ihrem eigenen Punktestand oder Weltranglistenrang durchsetzen, dass die eher ins Halbfinale kommen, wo wir ein Best-of-Three haben, dass wir mehr Spiele sehen. Und dass auch weniger das Kartenglück oder irgendwas vielleicht entscheidet. Sondern wirklich die Anzahl der Spiele, je mehr, desto weniger Glück ist drin. Glück ist eh kein großer Faktor in dem Spiel, aber das kann durchaus ein Faktor sein. Dass das einfach auch hier für die Zuschauer und für die Spieler sehr viel interessanter wird. So, von daher habe ich das so zusammengebaut bei den Spielern, wo ich gerade wusste. Ich kannte jetzt nicht alle 32 Spieler vom Namen. Aber Glöge Schnürschnür ist zum Beispiel ein Top-Spieler hier. Der ist jetzt hier oben in dieser Gruppe drin. Hier unten ist das Kebab-Sniffer, der ist in dieser unteren Gruppe drin. So ist die halt frühestens, wenn das wirklich die Besten wären. Die müssen sich ja trotzdem fair durchsetzen gegen alle. So ist die frühestens halt hier vorne im Halbfinale aufeinandertreffen. Das gleiche Spiel habe ich hier unten gemacht. In dieser Gruppe ist der Top-Spieler Hawk wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe nicht alle nah am Kopf. Also ich will da keiner an die Wäsche, wenn da jetzt andere Top-100 bei sind oder Top-50. Aber Hawk ist auf jeden Fall einer der Top-Spieler hier vorne. Und hier unten ist das Tungiel. Der ist gerade die Nummer 2 oder Nummer 3, war er heute Morgen, glaube ich, der Weltrangliste. Ja, tut mir leid, Hawk. Und die treffen dann auch hier eventuell aufeinander und nicht den Best-of-One. Bedenkt, dass diese Punkte aber auch nichts bedeuten müssen. Also wenn jetzt die Leute hier Angst haben, Enter ist auch ein guter Spieler. Wenn die jetzt hier Leute sagen, oh, ich bin jetzt eine Gruppe mit allen Top-Spielern. Also ich bin irgendwie die Nummer 300 der Weltrangliste im Moment oder sowas, ja. Weil ich nicht Punkte farme. Ich habe aber schon eine ganze Reihe von Top-10-Spielern besiegt, ja. Also denkt euch da nicht viel bei. Das Punktesystem ist wirklich sehr fragwürdig. Aber das Beste, was wir im Moment haben, um eben den Skill eines Spielers ganz grob zu bestimmen. Also ich kann nur jedem Teilnehmer sagen, habt keine Angst. Und auch die Zuschauer, wenn ihr das Spiel seht von einem No-Name. Das muss nicht heißen, dass der schlecht ist. Auf gar keinen Fall, ne. Also ich hoffe, dass die alle spannend werden. Aber auf jeden Fall ist es so gesichert, dass im Halbfinale spätestens die Top-Spieler aufeinandertreffen in dem Best-of-3. So, das wäre auf jeden Fall die Aufteilung hier vorne. Und dann vielleicht nochmal ein Schlusswort. Ich habe ja dieses Preisgeld von 200 Euro hier. Es kam jetzt eine Menge Spenden rein. Nicht genug, um das zu decken. Aber das habe ich auch nie erwartet. Aber nochmal hier der Aufruf vielleicht. Wenn ihr mehr solcher Turniere sehen wollt, dann wäre es schön, wenn ihr dafür spenden würdet. Weil die Qualität der Turniere hängt sicher auch ein Stück weit davon ab, wie viele Preisgelder da sind. Also gerade die Top-Spieler lassen sich ja eher motivieren, beim Turnier mitzumachen. Oder auch Spieler generell wollen mehr trainieren für ein Turnier. Dann gehen das Professionelle an. Wenn die Preisgelder halt höher sind, dann geht es ja noch ein bisschen was. Also Preisgelder ist ja auch immer so ein bisschen Anerkennung. Und dann ist man motivierter dafür. Sicher auch bei mir ein bisschen Arbeit. Das wäre auch nett, wenn ich da auch ein bisschen was rausbekomme. Aber es geht da hauptsächlich um die Preisgelder, dass wir auch die Top-Spieler bekommen. Also denk an die COH-Geschichte damals, Operation Klaus. Da haben wir dann tatsächlich, weil ich alle Top-Spieler rekrutieren konnte, die es jemals gab bei COH. Ich konnte mich aber nur rekrutieren, weil ich eben diese Preisgelder auch bekommen habe, denke ich. Also das war schon eine sehr deutliche Sprache. Und hat aber auch ein schön hochqualitatives Zutieren dann gezeigt am Schluss. So, deswegen hier ganz kurz nochmal der Aufruf. Ich werde das halt dann, wenn das halt irgendwie geht von den Geldern, immer wieder versuchen halt Preisgelder zur Verfügung zu stellen. Und je höher die sind, desto höher werden, besser kommen die Spieler auch, bessere Spieler. Und wenn wir es international machen, ist das ja nochmal eine andere Schiene. Vor allem wird das auch bekannter. Und vielleicht kann man das mit Paradox irgendwann zusammenkoppeln, die Geschichte, dass die da auch was sponsern wollen. Beim letzten Turnier hat ja auch Relekt was gesponsert, wenn ihr euch erinnert. Also das ist so ein bisschen die Mechanik, wie die läuft. Ja, und das wäre dann die Geschichte. Am Mittwoch geht es dann los um 20. Also nicht das Turnier, sondern so Vorabspiele, wenn die Spieler wollen. Und das werde ich dann livestreamen. Und dann können wir mal gucken, was die alle machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die meisten der Spieler, wenn sie da mitmachen wollen, nicht ihre Geheimstrategien auspacken. Also die FAP-Fasta-Flanke, wenn die hier jemand auspackt, dann weiß man bis zum Wochenende, wie man die kontert. Also die Geheimstrategien werden wahrscheinlich hier nicht ausgepackt, könnte ich mir vorstellen. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen Mentalitätssachen sehen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es Unterschiede in der Spielermentalität gibt. Felsenfest, ich sehe das immer wieder. Und das wäre halt schön im Detail zu beobachten. So, das wäre das. Ich hoffe, ihr seid dann rege dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens Mittwoch. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.